Ja, hey, 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 hi, ich bin Silvia, ich bin die Kirchenkreis-Jugendwartin der Evangelischen Jugend. Und ja, im Moment sitze ich wie alle zu Hause rum und überlege, was kann ich so machen und was kann ich vor allem so machen, was auch irgendwie sinnvoll ist für meine Arbeit, für andere. Und ich bin garantiert auch nicht die Erste, die auf die Idee kommt, jetzt was mit dem Internet zu machen oder zu streamen. Ich weiß, das machen jetzt gerade Tausende und das ist ja auch eine super coole Sache, andere zu unterhalten. Und da ich so gerne mit Spielen unterhalten werde, habe ich einfach mal so bei mir hier rund ums Regal geguckt, was ich denn für Spiele habe, die eventuell auch via Skype gespielt werden könnten. Das heißt, dass ganz viele Leute sich dazuschalten und man dann gemeinsam etwas spielt, was eigentlich nur in fröhlicher Runde am Tisch passieren könnte. Da will ich euch ein bisschen was vorstellen. Zum einen, also dieses Video ist ja erstmal hier nicht das einzige Video, wie jetzt evangelische Jugend sind natürlich die ganze Zeit. Wir sind viel draußen, wir machen viele, viele Spiele mit Anfassen und so, mit Singen, mit Handgeklapper. All die schönen Zeiten und die schönen Videos, die gibt es natürlich hier bei YouTube zu sehen. Kann man sich einfach ganz viele Videos angucken, vielleicht auch, falls ihr ja auch irgendwie Sommerfreizeiten habt oder irgendwie ein paar Kinder bespaßen müsst, da ist was dabei. Aber jetzt ging es mir darum, was macht man, wenn man irgendwo alleine isoliert sitzt, aber trotzdem mit ganz, ganz viel. Und da haben wir die letzten Tage schon angefangen zu streamen. Das machen wir nicht auf YouTube, weil wir das, glaube ich, zu schwer finden und nicht verstehen, wie das gut geht, wenn man da live ist. Aber wir sind jeden Abend, also auf Facebook live, weil man nämlich von Twitch TV direkt zu Facebook verlinken kann. Also man kann uns bei Facebook angucken. Bei Twitch kann man uns auch angucken. Und zwar ist das der Kanal, der auch hier unten ja steht. Also hier steht der YouTube-Name und hier drunter steht der Twitch-Kanal. Und unter evangelische Jugend kann man da sich einschalten. Und das Schöne ist natürlich bei Twitch, dass man halt auch so ein bisschen miträtseln kann. Also wir haben da einen Chat an der Seite. Der hat, je nachdem wie gut die Leitung ist, immer so ein bisschen Delay. Das ist natürlich ärgerlich. Bei Quizspielen wird es da an der einen oder anderen Stelle schon mal ungerecht. Das gebe ich zu. Aber trotzdem ist es natürlich witzig, da interaktiv was machen zu können. Und ja, was wir da alles so die letzten Tage gemacht haben oder was ich eigentlich noch eine gute Idee finde, also was wir auch vorhaben, das stelle ich euch ein bisschen mal vor. Weil vielleicht kommt ihr ja dann auch auf die Idee, es einfach nachzumachen, sich ein paar Leute ranzuholen und mit denen was zu spielen. Bei den meisten Spielen, die ich jetzt hier parat habe, ist es allerdings wichtig, dass wer von euch einen Scanner hat oder total gerne fotografiert und sehr gut fotografiert, dass das dann quasi nicht verwackelt wird. Denn die meisten Spiele basieren darauf, dass ich allen Leuten vorher Textdokumente zukommen lasse, die sie dann auch vorrätig haben, beziehungsweise auf dem Rechner haben. Und dann einfach vorlesen können. Da ist nämlich das Paradebeispiel, ein sehr, sehr schönes Fantasy-Spiel. Ultraquest. Gibt es schon ein bisschen länger von Markus Still. Wir sind Abenteurer und zwar hat jeder von uns, jeder Mitspieler hat eine Bande von vier Leuten, die durchs Land zieht und da ganz viele Abenteuer erlebt. Man hat hier ein Ereignisheft drin, wo halt so jedem Landstrich, in dem man gerade ist, Abenteuer stehen. Die werden dann von einem Spieler vorgelesen. Und man macht dann ein kurzes Abenteuer und es geht weiter. Also quasi im Kreis geht es immer weiter zwischen den Fenstern. Jeder hat das Ereignisbuch. Das macht schon Spaß. Man kann so ewig viel Zeit verbringen, weil das Ziel des Spieles ist es, 100 Ehre zu kriegen. Und im Laufe eines Spieleabends schafft man so, wenn man gut ist, acht, wenn man gut ist. Also da kriegt man Zeit bei rum. Aber ich finde so ein bisschen der Nachteil ist, für diejenigen, die zugucken, es gibt nicht wirklich einen großen Storyplot. Also man versucht sich zwar aufzuleveln und in die Landstriche zu gehen, wo man halt fettere Monster, gefährlichere, tödliche Verliese findet und so, um dann vielleicht auch mehr Ruhmpunkte zu kriegen. Das macht für einen selbst Spaß. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da zuguckt, denkt man, ach so, ach jetzt da. Also man kann nicht so wirklich einer Story folgen. Aber trotzdem, ein super gutes Spiel eingescannt. Und ich würde mal sagen, sechs Leute ist da eine gute Zahl. Man könnte es auch mit vielen anderen spielen. Aber natürlich ist man dann die ganze Zeit nicht dran, wenn der andere gerade im Abenteuer steckt. Lohnt sich. Dann haben wir auch auf Twitch in den letzten Tagen öfter Mythos Tales geschrieben. Bei Mythos Tales ist es so ein bisschen die Welt von Lovecraft, Arkham Horror. Also wir sind in Arkham und wir decken Fälle auf. Und zwar so Kriminalfälle. Hier sind das meistens auch ein bisschen Fälle mit Tod und Verderben und Geistern und Leichen und so weiter. Und es ist so, dass man halt in diesem Spiel ein Adressbuch hat von Arkham und guckt halt, wo kann ich denn hingehen, nachdem wir einen Fall zugespielt bekommen haben. Also am Anfang hat man ein Fallbuch und dann liest man da halt vor, was Sache ist. Wir sind natürlich auch Ermittler, natürlich. Und dann müssen wir überlegen, wen können wir als nächstes befragen. Man hat eigentlich auch so eine Zeitleiste, dass man nur verschieden lange unterwegs sein darf. Also vielleicht zehn Leute, zwölf Leute befragen kann. Die Sorge habe ich auch noch nie im Leben geschafft. Also man kriegt erst den Fall, guckt im Adressbuch nach, wo wohnen die Leute. Hat so ein paar Leute bei der Polizei, im Krankenhaus, in Instituten, die man eh kennt, die man auch befragen könnte. Geht natürlich ein Step von der Leiste runter. Dann hat man halt auch für jeden Fall so eine Tageszeitung. Da kann man auch mal gucken, ist da auch irgendwas, was mit dem Fall in Verbindung sein könnte. Also man rätselt so vor sich hin. Jeder kann so ein bisschen vor sich hin blättern oder digital halt rumsuchen. Aber man hat natürlich auch noch hier so einen riesengroßen Stadtplan von Arkham. Das ist jetzt so ein ganz kleiner Ausschnitt davon. Da stehen dann halt auch die Nummern drauf, wenn man sagt, okay, da ist jetzt da ein größeres Erdbeben gewesen, fragen wir doch mal die Nachbarn. Dann kann man wieder ins Ablassbuch gucken. Also man schnöckelt sich da irgendwie so durch und die Geschichte wird dann immer greifbarer. Funktioniert auf jeden Fall auch online. Auch da wieder die Dateien habe ich vorher dann eingescannt und dementsprechend kann dann jeder lesen, weil ich glaube, das wäre auch todelangweilig, wenn ich die ganze Zeit rumlese. Aber Mythos Tales kann ich jedem raten. Kann man halt irgendwie nett umsetzen. Ich glaube, da kann man auch gut zuhören. Als Zuschauer einfach, weil das ist ja eine Geschichte und man kann dann im Chat, das hat das letzte Mal ganz gut geklappt, einfach dazu schreiben, Mensch, geht doch noch mal zur Droschgerei oder ihr habt die Frau in der Bibliothek ja noch gar nicht befragt. Also das ist ganz cool, dass da diese Interaktivität drin steckt. Mythos Tales ist nicht das erste Spiel, was halt auf diese Art und Weise rausgekommen ist. Es ist eigentlich ein Remake und zwar ein Remake vom Spiel des Jahres 1975, dem Sherlock-Holmes-Kabinett. Da ist genau dasselbe. Also wir sind in London, es ist nicht so geisterbesetzt, weil es halt, ja, wie vortechnische Zeit, irgendwie natürlich ist, aber auch da sind wir der beste Freund von Sherlock Holmes und rätseln uns da so durch. Sind zehn Fälle drin. Beim Mythos Tales sind, glaube ich, acht Fälle drin. Also auf jeden Fall mit so einem Fall verbringt man auch schon mal muntere zwei bis drei Stunden. Bei Sherlock Holmes gilt da dasselbe. Und ja, auch da einscannen. Ja, jetzt fragen wir uns ja, wo denn einscannen? Ich glaube fast, naja, also ich will mal sagen, kann man, hat vielleicht wer parat. Dann habe ich noch zwei Spiele. Die finde ich eigentlich, also mit denen arbeite ich sehr gerne von Detective Stories, weil die haben so Fälle rausgebracht, wo man dann halt so eine Akte bekommt und dann in dieser Akte irgendwie erst gar nicht weiß, was ist denn hier die Sache, was soll ich denn? Man hat halt verschiedene Indizien und ja, und auch hier zum Beispiel bei dem, was wir, also so Fotos und ein Knopf, was soll denn der Knopf? Das war eine Sache, die habe ich gestern Abend gespielt. Also man kriegt dann halt so Berichte vom FBI und alles Mögliche ist da drin und auch das natürlich, ihr könnt euch vorstellen, einscannen und dann an Freunde schicken und gemeinsam versuchen, hier aktiv zu werden. Also das sind die Detective Stories, da ist das auf jeden Fall Gattado, habe ich gestern gespielt, der kürzeste Fall davon, den fand ich persönlich eigentlich gar nicht so gut, aber generell die Tatsache, da rumzufisseln und auch das, was man da liest, mit dem Internet zu verbinden und irgendwie die Spuren zu lösen, das macht schon Spaß, auch wenn man dann zum Schluss denkt, wie sollte ich denn da drauf kommen, weil hier dieses Ausschlussprinzip in diesem Fall, das war uns gestern nicht wirklich logisch, aber Leute, das macht Spaß und Feuer auf Adlerstein, hoffentlich sage ich das jetzt richtig, das ist eigentlich das Geilste, was wir davon gespielt haben, das lohnt sich auch sehr, sich anzuschaffen, dass die kostenweise, ich glaube, 20, 30 Euro so in dem Dreh, richtig, richtig gute Spiele und kann man machen und ich freue mich nämlich auch, weil wir werden die nächsten Tage auch mal Stillsee spielen, hoffentlich auch im Chat, ich weiß auch gar nicht, ob ich das einfach darf, aber das machen wir, hier sind viel, viel mehr Indizien, hier hat man auch so eine richtig Geilo, Milo, Kriminalakte mit ganz vielen Unterlagen und ja, da müssen wir was rausfinden, was es ist, das weiß ich nicht, gescannt habe ich es aber schon, ich scanne hier alles durch, was mir ein Folie rüberkommt, keine Sorge, also so viel dazu, dass man halt so Krimskrammspiele machen kann, dann haben wir natürlich in den letzten, also gestern haben wir Bingo gespielt, das war auch ein Wunsch, der an mich reangetragen wurde, können wir nicht Bingo spielen, na klar können wir Bingo spielen, also wir haben eine Bingo-Maschine, wir haben jede Menge Bingo-Lose, da muss man natürlich bei Bingo aufpassen, dass jeder wirklich unterschiedliche Lose hat, sonst habt ihr ein Problem, aber ja alle gleichen Lose, da haben wir alle gleichzeitig Bingo, also es gibt so Bingo-Blöcke und dann, naja, also Bingo-Maschine lohnt sich auf jeden Fall und man glaubt gar nicht, wie lange es dauert, irgendwie da sind ja 90 Kugeln drin, bis dann der erste ein Bingo hat, ich dachte, ich unterbreche das lustig mit einem Quiz, Pustekuchen, also ich habe das am Anfang gemacht, aber das dauerte dann gleich zwei Stunden, zum Schluss habe ich nur noch in der zweiten Runde Kugeln gezogen, bis dann wer gewonnen hatte, also vor allem werde ich auch so meine ganzen Schrottwichtelgeschenke los, das ist schon ein Grund, der sich dann ganz schön lohnt. Dann ist es so, das haben wir bisher noch nicht gemacht, aber ich bin mir ganz sicher, dass das funktioniert, es gibt ja Roll&Ride-Spiele in letzter Zeit ganz viele, ich habe hier den Kartografen, zum Beispiel von Pegasus, und es ist so, dass jeder von uns hier einen Blog hat, beziehungsweise in diesem Spiel braucht man quasi, oder alle Mitspieler brauchen eigentlich nur eingescannt diese Seite und dann gibt es da mich quasi, die ich immer vorgebe, was da einzuzeichnen ist oder wie ihr es einzeichnet, das ist wiederum das Spiel, was ihr einzeichnet, das gibt eine Person vor, in diesem Fall bin ich das, das spielt im Roleplayer-Universum und ja, hier versucht man halt, der Königin es recht zu machen und ihr eine möglichst schöne Landschaft reinzumalen, nicht durch künstlerische Fähigkeiten, sondern dadurch, dass sie mag halt irgendwie, was mag sie gern, zum Beispiel mag sie Baumwipfeldörfer gern oder am Wasser baut sie besonders gerne oder das Ackerland ist ihr wichtig und dementsprechend zeichnet man das da ein und der hält dann zum Schluss. Dafür Punkte und das Geile ist natürlich, dass man zum Schluss einfach gucken kann, wer hat denn die meisten Punkte theoretisch ein Spiel, was der ganze Chat mitspielen könnte, sofern sie diese Bogen haben, aber einen so einen Bogen zu versenden, das ist ja überhaupt nicht kompliziert. Was auch überhaupt nicht kompliziert ist, das sind diese kleinen Spiele, die vom Verlag NSV vor drei Jahren rausgekommen sind, die haben echt coole Sachen rausgebracht, die haben uns gleich in den Bann gezogen, einmal ist das Knister und, hey, Knaster. Knaster ist ein bisschen komplexer als Knister, aber jetzt, naja, und ich weiß es nicht, es wird immer mit, man hat auch hier einen Block vor sich, so sieht der aus und es wird mit zwei Würfeln gewürfelt, nur von einer Person und die sagt halt kontinuierlich die Zahlen oder mein Fähn kann man auch mal in Reihe rum, jeder hat zwei Würfel vom Rechner und muss dann so ehrlich sein, die richtigen Zahlen zu machen, oder der könnte auch digital würfeln, kein Problem und die trägt man dann hier nach einem bestimmten Prinzip ein und je nachdem, wie man die kombiniert hat und wie viele gleiche, hat so ein bisschen Kniffeleffekte dann auch, dann kriegt man zum Schluss halt Punkte in der Endpunktleiste, die werden die zusammen addiert und, naja, kann man auch mit ganz vielen machen, kann man auch beliebig oft machen, von daher wird das vielleicht, also heute ist Mittwoch, der 25. März, Freitag wollen wir bunten Abend machen und das sind so Sachen, die testen wir einfach mal an bei einem bunten Abend. Was auch noch, also Knister, Knaster, ja, funktioniert ähnlich, hat ein bisschen mehr, bei Knister sind alle gleichzeitig fertig, weil jeder hat ja nur diese 15 Felder und dann Schichtumschacht, wenn 15 mal gewürfelt wurde, bei Knaster ist es so, dass man auch noch Zahlen, die man schon aufgeschrieben hat, nochmal umrunden kann und da muss sie dann nicht eintragen, ist aber, selbstwertig, die Regel liest sich, liest sich quasi von selbst, kann man auch, mit 1000 von Leuten spielen. Was jetzt total gut zum Zuge kommen, finde ich, ist Nice Try. Nice Try, ein ganz simples Actionspiel am Tisch, wo man auch eigentlich, naja, man sollte die Leute sehen, mit denen man spielt, also, das können bei vielen Programmen, also 8 Leute, 10 Leute, finde ich, kann man auch einigermaßen sehen, weil es geht darum, besondere Sachen zu machen, die aber überhaupt nicht viel Zeit, nicht viel Zeit und nicht viele Gegenstände brauchen. Also, das geht um, zum Beispiel, balancieren mit Münzen auf dem Tisch oder werfen von Münzen über den Kopf und auffangen, das geht vom Raten von Begriffen, die alle was mit dem Thema Spiegel zu tun haben, na, das war jetzt ein Scheißbeispiel, aber, ach nee, hier soll man zum Beispiel Wörter aufzählen, wo das Wort Spiegel drin enthalten ist, macht schon mehr Sinn, oder, hier ist die Aufgabe, fasse mit einer Hand einen Löffel am Ende des Stiels, wirf den Löffel nach oben, sodass er sich mindestens einmal überschlägt und fange ihn da mit der anderen Hand, also, das ist voll mit solchen Karten, beziehungsweise, die werden uns langsam auch ausgehen, ich glaube, es sind ungefähr 70 Karten hier drin, aber, nice try, das sind natürlich auch Aufgaben, die man sich super selbst ausdenken kann, ohne Frage, also, das ist jetzt, einfach vieles, was man aus Freizeiten kennt, einfach hier nochmal, auf Karten gebracht, aber, ist schön, kann man schön wegspielen, und, jetzt komme ich quasi auch noch zur, zuletzt auch noch, ich komme jetzt zur letzten Empfehlung, und, das ist was, was wir heute am probieren werden, und ich weiß gar nicht, ob das, wie gut das funktionieren wird, hat auch wieder mit Scannen zu tun, aber es hat was mit meinem absoluten Lieblingshobby zu tun, was ich glaube ich auch schon vielen beigebracht habe, das sind Kriminalrollenspiele, und wir werden heute probieren, mit acht Leuten, und mir als Moderator, das Kriminalrollenspiel, Dauercamper, Dosenbier und eine Leiche zu spielen, auch da hat jeder von mir vorher die Rolle zugesandet bekommen, mit dem Rollenheft, da stehen dann auch die verschiedenen Spielrunden drin, sodass jeder parat das für sich hat, es wird dann dadurch natürlich auch Pausen geben, weil ja der eine oder andere an der einen oder anderen Stelle lesen muss, aber ich denke, das könnte ganz gut funktionieren, und vor allem hoffe ich, dass es für den Chat auch interessant sein kann, denn man kann natürlich dann auch Fragen stellen, also ich als Moderator gucke dann darauf, was könnte man die Person denn jetzt fragen, und dann kann ich das einbringen, oder ich kann Dinge auch wiederholen als Moderator, die vielleicht nicht so klar sind, also acht Leute, die Schauspielern, vielleicht auch so ein bisschen Accessoires sich an den Kopf pappen, und dann spielen sie gemeinsam, und zum einen ganz dickes Lob an Kulinario Mortalem, das ist jetzt glaube ich der fünfte Fall, der von denen rausgekommen ist, die sind echt sehr, sehr gut detailliert geschrieben, die Kriminalrollenspiele, also die haben mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, dass da ist eine Anschaffung auf jeden Fall Geld wert, ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, diese Sachen anzuschaffen, natürlich auch bei Krimi Total, die sind auch alle sehr, sehr, sehr gut, da kann ich überhaupt nicht maulen, da wird das Prinzip, ist so ein bisschen, bisschen anders, da wird jedes Kriminalrollenspiel in fünf Runden gespielt, dann gibt es halt für jeden Spieler, also immer wieder eine Runde, die er lesen muss, Runde 3 ist die Gerüchte-Runde, die schicke ich dann per WhatsApp, nachdem ich halt für jeden ein Gerücht rausgesucht habe, kriegen alle Spieler das per WhatsApp, damit sie da voneinander nicht wissen, und naja, irgendwann kommt es dann zur Auflösung, also es ist ein bisschen mehr Aufwand, als Spielleiter oder Host, als jetzt bei dem Kriminalrollenspiel, aber gut. Dann die Kriminalrollenspiele von Kupferberg Kreativ, die sitzen ja hier auch bei uns in Lüchte, schöne Grüße an Holger Busch, die sind auch sehr, sehr gut, also die kann man sich auch holen, wie gesagt, es hat viel mit alles, viel mit Scannen zu tun, weil ihr könnt ja nicht davon ausgehen, dass jeder der Personen das Spielheft hat, oder abfotografieren, und dann funktioniert das. Also ich glaube, so kann man sich eine schöne Zeit machen, ich habe auf jeden Fall hier noch viel, viel vor, ich werde nochmal gucken, welche anderen Spiele es noch geben könnte, die eventuell auch via Skype machbar sind, also wir versuchen möglichst häufig online zu sein, abends immer so, ab 8 irgendwie, trommeln wir uns zusammen, und dann machen wir was. Manchmal ist es mehr oder weniger interessant für die Leute da draußen, aber irgendwie kriegen wir gemeinsam die Zeit schon rum, und vor allem so rum, dass man an einer Stelle doch sehr lachen kann, hoffe ich, hoffe ich sehr. Ansonsten kann ich natürlich nur sagen, wenn ihr Langeweile habt, was ich, ihr werdet nicht so viel Langeweile haben, jetzt kommen die Tipps ja auch am Grohe von Podcasts, und verschiedenen Sachen, Netflix, Disney Plus ist gestern rausgekommen, Hallöchen, 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 aber wenn ihr Lust auf Spiele habt, dann guckt euch auf jeden Fall auch die Pen & Paper Abenteuer von den Rocket Beans an, oder die Pen & Paper Abenteuer von Funk. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen gegen Pen & Paper entschieden, weil ich glaube, also ich selbst wäre nicht so ein guter Spielleiter, wenn wir jetzt mit einer DSA-Kampagne noch anfangen würden, dann ist es so eine Sache, dass man sich natürlich in DSA doch mehr reinfuchsen muss, als ich es je getan habe. Also ich habe zwar ein paar Charaktere, aber ich spiele die eher so. Und da glaube ich, wer das für Außenstehende auch sehr, sehr komisch. Also guckt euch von den Bohnen die Pen & Papers an, gibt es ganz, ganz, ganz viele. Und ja, ich zeige euch einfach nur mal, also jetzt auch kurz, wie mache ich jetzt diesen Stream. Wir haben uns hier bei Twitch angemeldet und Stream da, das kostet auch nichts, das ist ganz cool. Alles andere, was hier so um mich rum steht, das ist mehr oder weniger total bedürftig. Ich werde gleich, also meine anderen Kamera mal da mal einen Schwenk drauf machen, wie das hier so aussieht. Oder ich kann die Kamera jetzt einfach hier mal in die Hand nehmen und mache dann quasi so ein professionelles Bild in Bild. Also ich sehe mich da in dieser Kamera und ihr seht, professionell habe ich diese Kamera gefixt mit einer Boombox, die in einer Schüssel mit Süßigkeiten steht. Ansonsten, wenn ich die wegnehme, dann dreht die die ganze Zeit, weil das ist das Stativ von der Insta-Kamera und naja. Dann habe ich hier einen Rechner, wo ich die ganze Zeit dann quasi Twitch laufen lasse. Quatsch, ja doch, Twitch auch, damit ich den Chat sehe und WhatsApp laufen lasse, damit ich Sachen, also Web-Whats-App, damit ich die ganze Zeit Sachen rausschicken kann und nicht so oft auf mein Handy gucken muss, weil mein Handy, das liegt hier auch, damit muss ich dann immer jede Menge Fotos machen, zum Beispiel beim Bingo-Spielen, damit die Leute noch lose kriegen oder so. Das macht dann viel Sinn. Dann habe ich vor mir einen großen Fernseher und den habe ich eigentlich nur, weil nämlich hier mein Bildschirm kaputt ist. Über den habe ich Skype laufen oder mit welchem Programm wir auch gerade arbeiten und da sehe ich halt nur die Hälfte. Das ist ja blöd, wenn ich mit vielen Leuten da bin. Deswegen habe ich das nochmal per HDMI auf dem großen Fernseher, der da vorne hinter mir steht. Ja, also das ist alles noch ein bisschen dürftig. Ich könnte auch definitiv ein besseres Mikro, ich könnte generell ein Mikro gebrauchen. da arbeiten wir dran, dass es irgendwie läuft. Aber es ist wirklich nicht allzu kompliziert, da was draus zu machen. Und vielleicht ist ja die ein oder andere Idee für euch dabei gewesen. Jetzt so Skype oder ihr habt das ein oder andere Spiel. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben an info at jugenddienst.de bin ich für eure Fragen parat und antworte auch. Und ansonsten kommt gut durch diese merkwürdige Zeit. Ich wünsche euch alles Gute, gute Ideen. Vielleicht sehe ich ja auch von euch coole Videos oder Dinge, die ich auch noch aufnehmen kann, was man alles so machen kann mit anderen online mit großem Fun-Effekt. Ich meine da jetzt nicht die Sachen von Steam oder so, wo man da auf einer Plattform ist, sondern wirklich, wo die Leute ein bisschen aus dem analogen Brettspielbereich zusammen können, obwohl sie gar nicht zusammen sind. Okay, alles klar, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Tschüssi!